Kido, die Eigenmarke des ABDL Windelshops Diaper Minister, hat eine neue Windel herausgebracht. Beim ersten Blick auf die Produktseite der Kido Playtime machen viele von euch wohl erstmal große Augen, 40 Euro soll die Packung kosten? Das wären noch ein paar Cent mehr als die Abu Little Kings, die man wohl bis heute als teuerste bezeichnen kann. Doch der erste Eindruck täuscht, weil Kido etwas ganz Neues gemacht hat. Die riesige Packung enthält 20 Windeln und hat den Titel als größte ABDL-Packung sicher. Bei den meisten sind 10 bis 12 Stück üblich. Die vergleichsweise günstigen Krinkels bringen es sogar auf 15 Einheiten, doch danach ist Schluss. Zumindest ist mir keine bunt Bedruckte mit mehr bekannt. Nur bei medizinischen Windeln gibt es größere Packungen, doch die sind in der Regel auch dünner und daher kaum vergleichbar. Bei ABDL-Windeln geht der Trend, leider, sogar in die andere Richtung. In der letzten Windel-News Folge 26 habe ich euch die Reas Omotsu Perfection vorgestellt. Sie enthält nur noch 8 Stück, obwohl dieser Hersteller bisher für relativ große Pakete mit normal 12 Windeln bekannt ist. Der Packungspreis wirkt erst moderat, doch bei nur 8 Stück Inhalt kostet eine Windel 3,49 Euro. Am Ende zahlt man also oft mehr. Es ist generell ein Trend, durch kleinere Packungen die Preise möglichst versteckt zu erhöhen, auch außerhalb der ABDL-Szene. Ich finde es daher fair und für uns als ABDL-Community gut, dass Kido stattdessen das Gegenteil macht. Durch die große Packung mit 20 Stück Inhalt kostet die einzelne Windel nur noch 2 Euro. Das ist ein sehr interessanter Preis, wenn man bedenkt, was dafür geboten werden soll. Der Hersteller wirkt mit einer theoretischen Saugleistung von 6 Litern, also wird sie wohl schon rechtig sein. Zubeklebt wird sie mit 4 Klebern aus Plastik, die sich mehrfach neu verschließen lassen, darauf müsste man bei der günstigeren Krinkels beispielsweise verzichten. Auf das Bedrucken der kompletten Windel wurde trotz des Preises nicht verzichtet. Lediglich ein Nässeindikator fehlt, aber ich denke das sollte für die meisten kein Problem sein. Zumindest für jene, die freiwillig Windeln tragen. Interessant klingt auch, dass mit weichem Plastik geworben wird. Hier ist Tukables weit vorne, ob die Playtime mithalten kann? Um fast doppelt so viele Windeln in einer Packung unterzubringen, wie es bei anderen der Fall ist, hat Kido zwei Reihen übereinander gestapelt. Das Paket ist daher ungefähr doppelt so lang, wie man es gewohnt ist. Optisch hat man sich wiederum an den Trend gehalten, der seit einiger Zeit die Packungen ebenfalls bedruckt. Die Kido Playtime ist bereits erhältlich, wie ich in der WhatsApp-Gruppe vorab geschrieben habe. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich im Praxistest schlägt. Wie ist dein Eindruck? Schreibe es mir in der Chatgruppe oder hier in die Kommentare. Bleib trocken, bis zum nächsten Video.